Ich kriege einen Thumbs-up von mir aus. Ich weiß nicht, also vielleicht willst du mal oben gucken, ob da noch Leute rumrennen, die... Mir ist egal, ja. Am Anfang sag ich eh langweilige Sachen. Also ich darf euch dann auch nochmal alle recht herzlich heute Morgen begrüßen. Wir haben jetzt in dem OSM-Track hier drei Vorträge. Den ersten wird der Jochen machen, den zweiten wird der Peter machen und als letztes kommt der Holger dran. Zum Jochen Topf muss man, glaube ich, nicht ganz so viel sagen. Ich bin schwer gespannt, was er über TechInfo uns erzählt und ich übergebe das Wort. Dankeschön. Ja, es ist immer ein bisschen schwierig, morgens um einen neuen Vortrag halten zu müssen. Da ist noch niemand da. Aber die Leute, die da sind, die wollen den Vortrag wirklich hören. Da richte ich zumindest mal mit. Ja, TechInfo. Wer hat TechInfo schon mal ausprobiert? Wer hat es schon mal gesehen? Ja, die anderen haben es wahrscheinlich noch nie gesehen oder sind noch zu müde, den Arm zu heben. Gut. Erstmal ein bisschen Hintergrund. OSM hat, wie ihr alle wisst, drei verschiedene Arten von Objekten. Nodes, Ways und Relations. Und diese Zahlen sind relativ wichtig, weil alle diese Daten müssen ja verarbeitet werden. Also es gibt über eine Milliarde Nodes inzwischen. 93% davon haben keine Tags. Das ist ganz praktisch. Die muss ich bei TagInfo alle nicht berücksichtigen. 90 Millionen Ways haben und etwa eine Million Relationen. Und alle diese Objekte können Tags haben. Tags haben immer die Form Key gleich Value. Wisst ihr auch alles, wie zum Beispiel Highway Residential oder Amenity Postbox. Und auch hier ein paar Zahlen dazu. Es gibt 25.000 verschiedene Keys in der Datenbank. Wenn man sich das mal anguckt, dann ist sicher die Hälfte davon einfach Unsinn. Falsch geschrieben oder irgendwas, wo jemand gedacht hat, ich denke mir da mal irgendwas aus, wo es einen anderen Tag für gibt, der Sinn macht. Aber es sind 25.000 verschiedene Keys. Damit muss man rechnen. Es gibt 56 Millionen verschiedene Tags, also die Key-Value-Kombinationen, 56 Millionen verschiedene. Ein Großteil sind zum Beispiel die Namen, weil es natürlich sehr, sehr viele verschiedene Namen gleich irgendwas gibt. Aber auch sonst gibt es sehr, sehr viele merkwürdige Kombinationen da. Und wir haben etwa 500 Millionen Key-Kombinationen. Das heißt, zwei verschiedene Keys, die drauf sind. Zum Beispiel, wenn eine Straße einen Highway hat und ein One-Way, dann ist das eine Kombination. Eine Kombination also nur aus den Keys, so die Value nicht berücksichtigt sind. 500 Millionen, auch das muss verarbeitet werden in diesen Tag-Info. Tag-Info kommt aus der Fragestellung, es gibt viele Sachen, ganz OSM hängt irgendwo an diesen Tags. Und viele Fragestellungen, zum Beispiel, welches Tag soll ich denn jetzt benutzen, wenn ich ein bestimmtes Feature taggen möchte? Was bedeutet ein Tag, den ich irgendwo gefunden habe? Auf der anderen Seite, wenn ich eine Karte mache, muss ich mir überlegen, welche Tags muss ich überhaupt auswerten? Welche Tags sollen auf der Karte wie erscheinen? Und dazu muss ich natürlich auch wissen, wie häufig werden die Tags überhaupt verwenden? Ich mache mir vielleicht nicht viel Mühe, irgendeinen Tag auf meine Karte zu visualisieren, den es nur dreimal auf der Welt gibt. Und was natürlich auch eine wichtige Frage ist, welche Tags sind denn dokumentiert, welche sind nicht dokumentiert, wo sind die dokumentiert? Solche Sachen. Also das ist so ein Ausschnitt aus ein paar Fragen. Es gibt noch eine ganze Menge mehr, die Leute immer wieder stellen und Tag-Info versucht, diese Fragen anzugehen. Der klassische Weg dafür ist das Wiki. Das ist die Map-Feature-Seite. Und zwar habe ich diesen Slide vor zwei Jahren für den Talk gemacht. Inzwischen ist diese Map-Feature-Seite noch viel, viel größer geworden. Also das ist die ganze Seite, die man da sieht. Und hier ist nur ein kleiner Ausschnitt und nicht mal den Ausschnitt kann man lesen. Also das muss man irgendwie alles durchschauen und darin versuchen, was zu finden. Und das ist natürlich nicht sehr realistisch. Es gibt noch ein paar andere Probleme mit der Dokumentation im Wiki. In der Dokumentation ist von den 25.000 Keys, die es gibt, sind 700 oder nicht mal 700, also etwa 3% sind dokumentiert und für die anderen gibt es halt keine Dokumentation. Es gibt einige Keys, die millionenfach in der Datenbank drin sind und für die es keine Dokumentation gibt. Und die Dokumentation, die es gibt, ist häufig veraltet und unzureichend. Es gab letztes Jahr auf der State-of-the-Map-Konferenz einen Vorschlag von David Earle. Das hat er Tag Central genannt. Die Idee war, wir machen eine zentrale übergalaktische Datenbank in der Mitte. Da kommen alle Informationen über Tags rein und Metainformationen und wie sollen die Sachen auf der Karte aussehen und daraus können wir dann automatisch ganz einfach all die Config-Files generieren, die wir brauchen für den Mapnik-Rennen und so weiter. Alle Informationen müssen an dieser Zentrale sein und dann nach außen gehen. Und ich habe, als ich das gehört habe, gesagt, das ist nicht der richtige Ansatz, nicht der OSM-Ansatz, dass man irgendwie eine Zentrale schafft und alles muss da durchlaufen, sondern es muss andersrum sein. Jeder macht irgendwas mit den Tags. Man schreibt Tags in die Datenbank, man schreibt im Wiki irgendwelche Dokumentationen, man konfiguriert seinen Renderer mit irgendwelchen Tags. Und Tag-Info soll dafür da sein, all diese Informationen an eine Stelle zusammenzufassen, damit ich sie sehen kann und basierend darauf dann vielleicht andere Entscheidungen treffen kann und so weiter. Das ist die Idee. Das Ziel bei der Entwicklung von Tag-Info war, dass Tag-Info alle Daten im Planet verarbeiten können muss und nicht irgendwie nur ein Ausschnitt eines Landes oder so was. Also es muss schnell genug sein und genug Ressourcen haben, um damit umgehen zu können. Möglichst viele weitere Quellen, also jetzt zum Beispiel Daten aus dem Wiki und so weiter integrieren zu können. Es muss täglich aktualisiert werden können mindestens. Klar wäre es schön, wenn es irgendwie direkt live passiert, aber das ist dann doch unrealistisch. Aber ich möchte auch nicht irgendwie ein paar Monate alte Daten oder ein paar Wochen alte Daten haben, auf denen ich operiere. Es sollte auf übliche Hardware laufen, also nicht irgendwie zu viel Hardware-Ressourcen brauchen und ein User-Interface haben, was bedienbar und übersichtlich ist. Es gab ja schon ein paar Leute, die ähnliche Dinge versucht haben, nicht ganz so ambitioniert wie das Tag-Info. Drei wesentliche Vorgänger gab es da, das Tag-Watch, das Tag-Stadt und OSM-Doc, die alle das Ressourcenproblem haben. Tag-Watch zum Beispiel ist meines Wissens nicht in der Lage, den ganzen Planeten irgendwie durchlaufen zu lassen auf einem halbwegs normalen Rechner in vernünftiger Zeit. Da habe ich mir Ideen rausholen können und so weiter aus diesen Vorgängern. Tag-Info verarbeitet im Moment im Wesentlichen drei Datenquellen. Es holt die Daten aus der Datenbank, also aus dem Planet-File genauer gesagt. Es importiert Daten aus dem Wiki und es importiert Daten aus der JOSM-Konfiguration. Hier etwas schwach dargestellt, habe ich noch die Potledge 2 und Mercator. Da habe ich angefangen, denen ihre Config einzulesen. Das ist aber noch nicht fertig. Da freue ich mich auch, wenn Leute da helfen wollen. Also all diese Informationen sollen in das Tag-Info rein. Von der Architektur sieht es so aus, ich habe verschiedene Datenquellen, wie jetzt zum Beispiel eben die JOSM-Konfiguration, das Wiki, die Datenbank. Ich lese diese Daten ein, die werden aufbereitet und dann werden die, aufbereiten heißt, bei den Daten aus der Datenbank, dass ich Statistiken mache, all diese Sachen, diese Tags zählen und so weiter, das wird da gemacht. Und dann werden die Daten strukturiert in Escolite-Datenbanken abgelegt, was ich hier mal angedeutet habe mit den Datenbanksymbolen hier, in Escolite-Datenbanken abgelegt. Daraus werden dann nochmal zusammenfassend Daten zum Beispiel für eine schnellere Suche generiert in der hier gelb dargestellten Datenbank. Und diese Datenbanken werden dann benutzt vom Web-Interface. Wenn der User also irgendwo draufklickt, dann werden diese Datenbanken abgefragt, weil das viel schneller wäre, jetzt irgendwie als direkt in den Quellen natürlich zu suchen. Also es braucht diese Voraggregation, diese ganzen Daten. Das ist der schwierige Aufwand, das richtig zu machen. Und dann gibt es das User-Interface und es gibt auch eine Web-API, über die man diese Sachen abfragen kann, wenn man das also automatisiert von irgendwelchen anderen Programmen aus machen möchte. Was an Technologien dahinter steht, wir haben einmal diese ganze Statistik, die gemacht werden muss, die also aus dem Planet-Fall, das Planet-Fall einliest und daraus diese Escolite-Datenbanken, wie eine Statistik erzeugt, die also zählt, welche Tags es gibt, welches Keys es gibt und so weiter. Das ist alles C++-Code. Das ist deswegen C++, weil es schnell sein muss und weil es wenig Speicher brauchen muss. Und wenn ich eine Hochsprache verwende, irgendeine Skript-Sprache oder sowas, dann habe ich schon für einen einfachen Integer oder sowas mehrere Byte-Overhead, um den zu verwalten. Und in C++ habe ich das halt nicht und kann dadurch mit wesentlich weniger Speicher auskommen. Das Ganze baut auf auf dem Osmium-Framework, was auch von mir ist. Das ist mal ein anderer Vortrag. Da sage ich heute mal nichts dazu. Datensammlung, Aufbereitung für diese ganzen anderen Sachen, also zum Beispiel die Daten aus dem Wiki rauszulesen, das sind irgendwelche Ruby-Skripte, Shell-Skripte, ein bisschen SQL und so weiter. Dann haben wir die Datenhaltung, habe ich schon erwähnt, die Escolite-Datenbank. Das Web-Interface ist in Ruby geschrieben, benutzt das Senatra-Framework, was ein relativ schlankes Web-Framework ist. Webseiten mit jQuery, wie man das kennt, Flexi-Grid für diese Tabellen. Protowiz macht die Grafiken, die Grafen, so Bar-Charts und was, was ich da habe. Ich werde die Sachen alle dann noch mal zeigen. Das Ganze läuft auf einem der Strato-Server, einem der Server, die Strato uns gesponsert hat. Wird nächtlich aktualisiert, braucht etwa vier Stunden, um diese Aktualisierung durchzuführen und davon drei Stunden für diese Statistik und den Rest für sonstigen Kram. 3,4 Gigabyte RAM braucht das Ding beim Laufen. Das ist also durchaus was, was man noch benutzen kann und wo man nicht eben, wie bei teilweise anderen Software, wenn man dann die super dicken Maschinen mit 64 GB RAM oder sowas braucht. Und die Datenbanken, die dabei hinten rausfallen, brauchen etwa 9 Gigabyte. Wenn man jetzt das User-Interface anguckt, fängt es also an, man hat auf der Homepage diese Tag-Cloud. Da gibt es eine geheime magische Formel, die aus all diesen Daten, die ich da gesammelt habe, diese Hierarchie ausrechnet und sich überlegt, welche Tags etwas größer und welche etwas kleiner dargestellt werden sollen. Wer Lust hat, kann ja mal durch den Source-Code graben und schauen, wie diese magische Formel sich zusammensetzt. Das Zeug ist ja alles Open Source, deswegen kann man das rausgucken und vielleicht auch noch die kleine ein oder andere Optimierung hier anbringen. Würde mich freuen, wenn da jemand Lust hat, damit zu spielen. Dann habe ich hier so eine typische Ansicht. Hier sieht man halt jetzt die am häufigst verwendeten Keys in der Tabelle und passt gar nicht alles auf den Bildschirm. Da gibt es noch ein paar mehr Spalten, wo man eben sieht, zum Beispiel wie viele User denn diesen Key verwendet haben und so weiter. Man kann sich da durchklicken, man kann diese Sachen nach den einzelnen Spalten die Tabelle sortieren und so weiter. Was haben wir noch im User Interface? Wir haben rechts oben immer das Datum, wann die Sachen aktualisiert werden. Da steht also normalerweise das Datum dann vom Vortag, 22 Uhr, das ist der letzte Zeitpunkt, wo die Daten eingeflossen sind aus der Datenbank da rein. Auch wenn die Verarbeitung etwas später stattfindet. Da unten ist etwas versteckt, wenn man, das ist jetzt hier auch vom Bildschirm runtergerutscht, da ist so ein kleines Lupensymbol und wenn man das anklickt, dann kriegt man nochmal ein Suchfeld, was viele Leute nicht entdeckt haben und da kann man dann nochmal in den Ergebnissen suchen. Das ist ganz praktisch, wenn ich also jetzt hier zum Beispiel Name eingebe, dann kriege ich alle Keys, die Namen im Namen haben. Und dann so eine Übersichtsseite, wenn ich also hier zum Beispiel für den Highway Key mich interessiere, dann sehe ich vielleicht erstmal einen Überblick, wie häufig das vorkommt an den verschiedenen Objekten. Ich sehe diesen Text, diesen Beschreibungstext, der aus dem Wiki gezogen wird. Also dieses kommt aus der Datenbank, das kommt aus dem Wiki. Dann habe ich hier XRP-Links, wenn die XRP mal funktioniert, dann kann man das benutzen, um direkt zum Beispiel im JOSN diese Sachen zu editieren. Die sind hier ausgegraut, weil es macht keinen Sinn, den Highway Key über die XRP zu laden. Das sind viel zu viele Daten. Das ist nur dann, wenn es relativ wenige Daten sind, und das weiß ich ja aus der Statistik, nur dann sind diese Links auch aktiviert. Dann haben wir hier mal so eine Grafik, die ich eingestreut habe, weil es mir Spaß gemacht hat, das zu programmieren, dass da auch so eine kleine Grafik drin ist. Das wird mit diesem Protowiz-Framework alles komplett in JavaScript zusammengebaut, SVG erzeugt. Das heißt, wenn man Internet Explorer hat, dann wird man diese Grafik nicht sehen, außer den allerneuesten. Und es gibt auch die Möglichkeit, diesen Filter einzusetzen, wenn ich hier, wo normalerweise nichts ausgewählt ist, wenn ich da Nodes oder Ways oder Relations Only anklicke, warum ist das eigentlich auf Englisch? Da muss noch was eingedeutscht werden. Gut. Dann sehe ich zum Beispiel hier, dass die Highway Keys, der häufigste ist dann Bus Stop und nicht mehr Residential. Also dann werden nur diese Sachen rausgefiltert. Ich kann die Key-Kombinationen sehen. Hier zum Beispiel sieht man diese ganzen Naptan-Tags, die an Highway, das sind diese Highway Bus Stop, das ist ein englischer Import gewesen von Buslinien und Bus Stops. Und das kann man also da erkennen, wie die Sachen zusammenhängen. Man sieht, welche Wiki-Seiten es über den Highway Key gibt, jetzt für die ganzen verschiedenen Sprachen. Kann direkt darauf verlinken. Und diese Informationen, die da sind, zum Beispiel hier, welche Tags implied sind und so weiter, das stammt alles aus dem Wiki, aus den Templates, die auf den Wiki-Seiten drauf sind. Ich kann bei JOSM sehen, das ist vom User-Interface etwas blöd, dass ich da einfach nur mit der Maus auf dieses XML gehe, dann sehe ich die Konfiguration aus dem JOSM, das muss man nochmal irgendwann besser machen. Aber ich kann also auch sehen, wo diese Tags verwendet werden. Und da müssten jetzt eigentlich noch viel mehr Auswahl hier oben sein, neben Potlatch und alles Mögliche noch mit eingebunden werden. Ich kann auch eine Karte sehen, wenn ich den entsprechenden Reiter anklicke. Das ist zum Beispiel die Karte, wo Adres, Adre House Number getagged ist, wo dieser Key Adre House Number in der Welt vorkommt. Und das ist ganz praktisch, weil diesen Key zum Beispiel, Adre Conscription Number, den gibt es nur in der Tschechischen Republik. Und das kann man sehr schön sehen, wenn man wissen will, was das ist. Aha, das ist offensichtlich was ganz lokal Spezifisches, was die haben, zusätzlich zu den normalen Hausnummern. Die Karte wird im Moment nur für Nodes und nicht für Waze erzeugt. Das liegt einfach daran, dass ich 9 GB mehr Speicher brauche, um das auch für Waze machen zu können und ein bisschen was programmieren muss und das noch nicht gemacht habe. Und dann müssen wir mal gucken, ob der Speicher zur Verfügung steht. Das werden wir dann sehen. Das liegt daran, ich erzeuge da statische Karten, 720 x 360 Pixel groß und mal 25.000 Keys, braucht es 772 MB, um diese Karten speichern zu können. Diese ganze Vorverarbeitung findet im Speicherspart. Ich kann es mir nicht leisten, auf die Platte zu gehen, das würde viel zu lange dauern. Wenn ich jetzt das Ganze nicht nur für Keys machen möchte, sondern für Tags, Tags haben wir gesehen, sind 56 Millionen, dann sind wir über einen Terabyte an RAM, was ich bräuchte, um das durchlaufen zu lassen. Das sind so diese Sachen, die ich da immer berücksichtigen muss bei der Sachen. Also wenn die Fragen kommen, warum geht das eine oder das andere nicht, dann liegt es typischerweise daran, dass die Vorverarbeitung oder die Verarbeitung halt viel zu teuer ist oder man irgendwelche neuen Tricks finden muss und da gibt es durchaus noch ein paar Tricks, wie man das optimieren kann. Mal schauen, was es dann noch geben soll. Es gibt das Ganze im Moment in Deutsch, Englisch und Italienisch. Nicht alle, haben wir gerade vorhin gesehen, Sachen sind übersetzt, wenn Leute irgendwelche Übersetzungen liefern wollen, gerne. Suche gibt es natürlich auch noch. Man kann nach Key Values und Tags suchen. Es gibt ein Autocomplete in der Suche. Es ist OpenSearch mit eingebunden, das heißt, der Browser erkennt automatisch das eine Suche und dann kann man also in Firefox zum Beispiel auf das kleine Symbol neben dem Suchfeld klicken und dann kann man Tag Info da integrieren, so wie man Google Suche und sowas in dem Suchfeld machen kann. Das Ganze nutzt die Escolite Full Text Search Extension. Mal gucken, wie gut das wirklich ist, wenn da Leute Ideen haben, wie man das besser machen kann. Da sollten auch noch mehr Sachen rein, wie zum Beispiel in den Wiki Texten würde ich gerne auch suchen können. Das ist im Moment nicht der Fall. Also da ist noch viel Potenzial. Es gibt auch die Reports, das ist so ein bisschen versteckt, die Daten aus mehreren Quellen zusammenfassen und auf verschiedene Arten und Weisen darstellen. Zum Beispiel auch manchmal tabellarisch, hier ist jetzt die Länge der Keys, die so in der Datenbank vorkommen, auf der X-Achse und auf der Y-Achse, wie viele Keys es davon gibt. Also die meisten Keys sind so 10, 15 Zeichen lang. Einfach mal ein Report, den ich da gemacht habe. Da gibt es verschiedene andere Sachen auch hier zum Beispiel, welche Seiten in welchen Sprachen im Wiki, welche Keys in welchen Sprachen im Wiki Vorkommen beschrieben sind und so weiter. Es gibt eine API, wie ich gesagt habe, über die man all diese Informationen, quasi alles, was in so einer Tabelle irgendwo bei Taginfo erscheint, da gibt es, das kommt aus dieser API raus, kann jeder benutzen. Ich benutze diese API auch intern, um die Tabellen zu erzeugen. Man schreibt also alles schön brav, restvoll, hat man hier die URL und schreibt die verschiedenen Parameter, nach denen man suchen will, wie viel Antwort man haben will, wie man sortiert haben will, schreibt man da rein und kriegt ein JSON-Ergebnis zurück. Also es ist relativ einfach zu benutzen und ist sogar seit kurzem im Wiki dokumentiert. Im Wiki gibt es ja zu jeder Key-Seite und zu jeder Tag-Seite gibt es so rechts auf der Wiki-Seite so ein Template, was da eingebunden ist und da ist inzwischen das Tag-Info eingebunden. Das wird also live über den iFrame in die Wiki-Seite eingeblendet, sodass man gleich an der Stelle schon ein paar wichtige Informationen sehen kann. Ist ja auch schön, wenn man da vielleicht noch ein paar mehr Informationen hätte. Muss man mal gucken, was man da, was man noch machen kann. Ja, es gibt noch eine ganze Menge, was man tun könnte. Ich habe zum Beispiel keine historischen Daten irgendwie verwendet. Es wäre schön, wenn man irgendwie einen Grafen sehen kann, wann ist das Tag denn zum ersten Mal benutzt worden und solche Sachen. Das habe ich ganz bewusst weggelassen erst mal, weil es einen ganz anderen Aufwand erfordern würde, diese Sachen zu erfassen und zu tracken. Aber das sind alles Dinge, die man natürlich sich vorstellen kann und die man vielleicht gerne hätte. Geografische Aufzeichnung ist auch immer so eine Sache. Viele Leute sagen, ich hätte es jetzt gerne nur für Deutschland oder nur für Portugal oder sowas. Grundsätzlich, das Tag-Info ist, wie gesagt, ist alles Open Source. Man kann sich das runterladen, man kann selber eine Instanz davon installieren, wo man dann, statt den Planets-Fall durchlaufen zu lassen, eben sein eigenes Land nur durchlaufen lässt oder sowas. Jemand in Irland macht das auch schon. Also, das wäre da vielleicht nicht die optimale Lösung dafür. Wäre schöner, es ist ein bisschen besser integriert, aber das geht so ganz gut. Es gibt immer Sachen, wo man auch detailliertere Statistiken gerne hätte. Wie gesagt, weitere Quellen sollen eingebunden werden. Da ist noch die Frage, ich hätte zum Beispiel gerne auch die Config-Files von irgendwelchen Map-Nik-Map-Files, sodass ich von verschiedenen Karten sehen kann, welche Tags überhaupt verwendet werden, um diese Karten zu rendern. Das ist aber noch eine Frage, wie man das technisch überhaupt umsetzt, wo kriegt man diese Style-Files her, wie macht man das, dass man da noch überhaupt irgendwas finden kann, dann nachher, wenn ich da 10.000 verschiedene Style-Files habe oder sowas. Suche, wie gesagt, muss verbessert werden. Wir planen für den 7. und 8. Mai in Karlsruhe einen Tag-Info-Developer-Werkshop. Wer Lust hat, sich da zu beteiligen, entweder am Tag-Info selber mitzumachen und das eine oder andere voranzutreiben, oder auch, wenn jemand Tag-Info einbauen will in eigene Projekte, zum Beispiel hat schon jemand gesagt, der überlegt, ob man das irgendwie in das JOSM einbauen kann, solche Sachen könnt ihr da gerne vorbeikommen, Informationen gibt es auf der entsprechenden Wiki-Seite dazu. Dann werden wir mal schauen, wie wir es da voranbringen. Und ja, dann bin ich am Ende meines Vortrags. Jetzt, ja, wenn Sie noch Fragen haben, wenn ihr noch Fragen habt, dann wäre das die Gelegenheit. Dankeschön. Applaus Vielen Dank, und haben wir Fragen? Vielen Dank. Vielen Dank. Frage hast du ja eigentlich schon vorab beantwortet. Frage habe ich schon beantwortet, okay, dann ist ja einfach. Nämlich, dass eine regionale Aufteilung sehr wünschenswert wäre, aber natürlich auch mit entsprechendem Aufwand verbunden ist. Ja, das ist leider so, also was man kaum machen kann bei dieser Datenmenge, ist irgendwie zu sagen, ich speichere alle Daten nochmal für jedes der 200 Länder oder was weiß ich, die es in der Welt gibt, speichere ich die Statistiken getrennt. Und das ist halt schwierig mit jeder weiteren Detaillierungsgrad, dass ich in die Daten irgendwie reinbringe, habe ich natürlich das Problem, dass ich eine weitere Achse aufmache und dadurch unendlich mehr Daten speichern muss. Also irgendwo muss man Kompromisse eingehen. Das ist aber, wäre jetzt für mich auch wichtig von euch zu hören, was sind denn die Sachen, die euch besonders wichtig sind, welche Sachen fehlen denn, welche Sachen sind in der täglichen Arbeit denn wirklich ein Problem, dass man guckt, dass man die Sachen reinbringt, weil alles geht halt nicht. Alles reinbringen kann man nicht und bis jetzt habe ich so die Sachen reingebracht, die ich das Gefühl hatte, dass ich sie wichtig finde und außerdem, dass ich sie lösen kann natürlich. Aber da bin ich natürlich auch auf Feedback angewiesen. Ich war auch schon mal auf deiner Seite und fand die sehr informativ. Es gibt ja auch noch ein, zwei andere, die aber glaube ich nicht so viel Informationen hatten. Ein, zwei Wünsche hätte ich aber noch. Einer fällt mir davon ein, dass dieses gestapelte Bar-Chart, was du auch da gezeigt hast, das geht im Prinzip von oben nach unten, von den kleinen zu den großen Werten und rechts daneben ist die Tabelle, wo die gleichen Sachverhalte von den großen zu den kleinen. Das ist ein bisschen counterintuitive, würde ich sagen. Ja. Danke für den Hinweis. Gut. War da rechts noch jemand? Kann doch nicht sein, dass es keine Fragen gibt. Dankeschön. Das geht nicht, du musst aufs Tape mit drauf. Okay. Ich würde mir freuen, dass vielleicht noch eine Tendenz dran kann. Steigt ganz steil an die Tech-Benutzung oder stagniert? Ja, das ist eben sehr, sehr schwierig, weil ich dadurch historische Daten aufzeichnen muss und ich kann ja auch die Tendenz nicht einfach nur machen, wie war es gestern, wie ist heute oder sowas, sondern es muss über einen gewissen Zeitraum sein, dass sich das auch ausmittelt und nicht nur, weil einer irgendwie gerade fleißig war den Tag, da eine falsche Tendenz sozusagen dann oder eine irreführende Tendenz reinkommt und diese historischen Daten aufzubewahren oder jeden Tag irgendwie neu zu erzeugen aus dem History-Dump, ja, es wäre sehr schön. Sehe ich auch, es wäre sehr schön, aber ich sehe im Moment nicht, wie man das umsetzen kann und ja, vielleicht hat ja jemand eine Idee, wie man das mit begrenztem Aufwand hinkriegen kann, was ich schon überlegt habe, ein großes Problem ist eben dadurch, dass wir diese 25.000 Keys haben und 56 Millionen Tags und ich den Anspruch habe, wirklich alles zu zählen von all diesen Datenpunkten, dadurch habe ich diese Datenmenge, aber ich könnte natürlich auch an einigen Stellen sagen, okay, jetzt ein Key, der eh nur dreimal vorkommt, da mache ich mir jetzt keinen Aufwand rum, ich nehme die wirklich die wichtigsten 10.000 raus oder wie auch immer und mache nur für die dann weitere Statistiken. Das ist eine Sache, die ich also ernsthaft überlege, dass ich quasi jeden Tag schaue, was sind denn die Top 1000 oder was auch immer und dafür dann am nächsten Tag spezielle Statistiken nochmal berechnen lasse und dadurch habe ich die allerwichtigsten Sachen zumindest immer wieder drin, wobei das natürlich auch ein bisschen irreführend sein kann, es gibt einige Tags, die sind deswegen so selten, weil es von diesem entsprechenden Objekt einfach nicht so viele gibt. Es gibt natürlich viel mehr Dörfer, als es Städte gibt, aber trotzdem sind Städte eigentlich wichtiger als Dörfer und kann man sich drüber streiten, aber für eine Karte vielleicht schon in den meisten Fällen und diese Sache muss man gucken, wie man das da vielleicht berücksichtigen kann. Du hattest zu Anfang berichtet, dass das Wiki relativ unvollständig ist und dass viele, viele Dinge, die auch häufig verwendet werden im Wiki nicht auftauchen. Hast du da irgendwie eine Idee, wie man das weiter verbessern kann, dass ich im Wiki irgendwo leichten Abgleich herstellen kann und sehe, was es gibt? Ja, dafür gibt es einen Report im Taginfo drin. Genau für solche Sachen gibt es das Taginfo ja. Da gibt es einen Report, der zeigt an, die Wiki, die alle Wiki-Seiten sortiert, die nicht in Wiki-Seiten vorkommen, sortiert nach der Häufigkeit. Das heißt, man kann sehen, welche Keys wirklich sehr häufig vorkommen und deswegen eigentlich dokumentiert sein müssten, es aber nicht sind. Und da kann man einfach durchgehen. Das meiste davon muss man zugeben, das meiste davon sind aus irgendwelchen Importen. Sieht man auch ganz gut, wenn man wieder die geografische Verteilung anschaut, dann sind es irgendwelche Sachen, die nur in Japan vorkommen oder sowas, weil man jemanden im Port gemacht hat, aber trotzdem gehören diese Sachen natürlich eigentlich dokumentiert. Also, um das zu verbessern, rufe ich alle auf, sich da mal hinzusetzen, die Tabelle anzugucken und wo sie vielleicht was wissen, eine entsprechende Wiki-Seite anlegen. Das ist dann wirklich nur noch ein Klick auf den Link, der im Taginfo schon drin ist und die Wiki-Seite ist angelegt und man kann da irgendwas reinschreiben. Wenn man jetzt ein Key ausgewählt hat, gibt es jetzt schon ein Feld mit Kombinationen. Ist es möglich, dass man das auch erweitert auf Key-Value-Kombinationen? Also, wenn ich ein Key-Value ausgewählt habe, dann will ich sehen, welche Kombinationen sind da am häufigsten mit dabei? Oder ist das zu aufwendig? Das wäre sehr schön und das wird viel gefragt und ich würde es auch gerne machen, dass es eines von diesen Sachen, 55 Millionen Tags mit 55 Millionen Tags, das ist dann doch ein bisschen viel. Also, das ist eines von diesen Sachen, die ich nur dann machen kann, wenn ich vielleicht nur die häufigsten Nehmer das dafür mache. Aber ja, das ist ganz klar, was ziemlich weit oben auf der Liste steht. Das wäre sehr praktisch. Hätte ich auch schon ein paar Mal gebraucht. Nur so eine Idee, hört man mich? Ja. Du sagtest, die häufigsten Tags einfach nehmen, um da genauere Statistiken zu machen. Jetzt ist Häufigkeit natürlich irgendwie wahrscheinlich das falsche Kriterium. Denn ich denke mir jetzt ein großer Import, zum Beispiel Tiger in den USA oder sowas, da ist ja, die Tags sind häufig, vermutlich extrem häufig, nehme ich an. Ein Kriterium könnte vielleicht sein, das Ding ist einmal geändert worden, der Tag und danach nie mehr angefasst worden. Die Frage ist, könnte man Wichtigkeit, die wichtigsten tausend Tags, könnte man das nicht irgendwie grau zourcen, nur so eine ins Unreine gesprochene Idee? Könnte man vielleicht, ich meine, ich habe ja, die Tag Cloud, habe ich ja schon gezeigt, die ja auch genau das versucht, die wichtigsten Tag rauszusuchen, und die in dieser magischen Formel, ja auch Importe etwas nach unten bewertet. Vielleicht kann man das einfach nehmen und daran noch arbeiten, diese Formel zu verbessern. Das Grau zourcen würde bedeuten, dass, ja man müsste ja irgendwie Leute fragen, dass sie irgendwie das anklicken, welche Tags ihnen besonders wichtig sind, macht eigentlich, also ist Aufwand, macht auch wieder nicht viel Sinn. Ich glaube nicht, dass sie irgendwie Dinge antreten, und vielleicht wäre ja auch nur ein paar Punkte unten �****, ein paar Tage frische Meter nicht, und Laughter